Sind Informationen aus dem Intranet zitierbar? Das kommt ja schon mal vor, jemand ist irgendwo berufstätig und darf sozusagen am Arbeitsplatz für den Arbeitsplatz für den Arbeitgeber eine Untersuchung machen in der Hochschule. Informationen aus dem Intranet heißt, die sind nicht außen abrufbar, sondern die sind natürlich jetzt nur ihm oder ihr als MitarbeiterIn zugänglich. Meine Antwort darauf ist, wenn Sie Informationen zum Beispiel über die Unternehmensstrukturen für Ihre wissenschaftliche Arbeit nur aus dem Intranet des Unternehmens beziehen konnten, gehen Sie so vor. Sie sichern sich durch als PDF-Drucken oder ähnlich, wie ein Screenshot beispielsweise, einen Beleg, den Sie dann im Anhang der Arbeit bereithalten. Sie referenzieren dann in der Fußnote etwa so, vergleiche Angabe ABC am So-und-So-Field und das Datum brauchen wir dann aus dem Intranet des Unternehmens abgerufen, eilen Sie beim Anhang unter da und dort XYZ. Auf diese Weise haben Sie dafür gesorgt, dass die nicht publizierte Quelle überprüfbar geworden ist in Ihrer eigenen Arbeit. Und dann sehen Sie das.